Ja Leute, willkommen zu diesem wunderbaren kleinen Video, dem letzten Video im Jahr 2022. Mein Name ist Nomski, ich bin der Head of Social Media von Avaria und ich wünsche euch einen richtig tollen Rutsch ins Jahr 2023. Ich hoffe ihr feiert schön bzw. feiert noch schön mit euren Familien, Freunden oder sonst irgendwem. Das Jahr 2022 war für Avaria ein wunderbares Jahr. Es hatte Durststrecken, aber es hatte auch sehr viele Erfolge. Und 2023 wird nur noch besser werden. Danke Jungs für das krasse Jahr 2022. Ich will mich bedanken bei jedem, der Avaria in jeder Hinsicht supportet hat. Vielen, vielen Dank Jungs. Danke an meine Manager, Designer, Spieler, Editor, egal was. Vielen, vielen, vielen Dank Jungs für den heftigen Support. Wir werden 2023 so abrasieren. Vielen, vielen Dank Jungs. Frohes neues Jahr, Freunde. Jo Freunde, mein Name ist Clouds88, ich bin Content Creator bei Avaria und ich wünsche euch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bussi. Hi, ich bin Xcel, ich bin seit kurzem Content Creatorin von Avaria und ich wünsche euch allen ein wunderschönes neues Jahr. Hey, ich bin Xin, ich bin Editor in Avaria und ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr. Jo, was geht Leute, ich bin Srax, Social Media Manager für Avaria. Ich wollte euch allen noch einen guten Rutsch wünschen fürs neue Jahr. Ich hoffe ihr startet gesund ins neue Jahr und genießt die Zeit mit eurer Familie. Hallo liebe Avaria Family, ich bin Liske, ich bin der CEO bei Avaria, für alle die es nicht wissen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch wünschen ins neue Jahr, feiert schön und wir sehen uns in 2023 und dann mal gucken was kommt. Hallo, ich bin Pieck aus Avaria, ich bin Editor und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass ihr alle gesund rüberkommt. Ich bin der Paz, ich hoffe euch geht's allen gut. Ich bin derjenige, der euch die letzten Monate auf dem Avaria Twitter Kanal mit Content versorgt hat. Auch von meiner Seite aus sage ich einfach nur einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch einfach nur das Beste. Passt auf euch auf und verfolgt eure Träume weiterhin. Avaria Gaming wird auch in 2022 enttäuscht sein. Peace out. Was genau, ich bin Charles, bin Content Creator von Avaria Talents und wünsche euch einen traumhaften Start ins neue Jahr. Danke für das Jahr Leute, ich hoffe ihr hattet alle ebenfalls ein schönes Jahr gehabt, eine schöne Zeit mit eurer Familie und euren Geliebten. Setzt euch ein Ziel für das nächste Jahr und versucht dies dann zu erreichen und umzusetzen. Ich sowie Avaria wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Servus Friends, mein Name ist Trapzor. Ich bin der Studio Lead von Avaria und ich wollte euch nochmal meinen größten Dank aussprechen. Danke, dass ihr uns so fleißig unterstützt habt. Danke für die 4400 Follower auf Twitter und ich hoffe, das nächste Jahr wird für alle besser. Ich hoffe, ihr könnt alles so durchziehen, wie ihr es vorhabt. Bleibt am Ball, lasst euch nicht unterkriegen und keep grinding.